Wir machen Hops wie ein Osterhase. Ganz genannte Musik hören, die sagen Englisch schon relativ viel. Wir fangen an mit Zeitengelaufen. Und Hopsenlaufen. Und einen Hengelaufen. Und Sprung, und Sprung und weiter. Eins, zwei, drei. Die Ohren ganz hoch. Die Knüppel dort. Noch Sprung, und Sprung weiter. Eins, zwei, drei. Und anderen Kreis. Eins, zwei, drei. Ganz schön flitzen. Und die Eier flitzen. Noch mal flitzen. Die Ostereier anmalen. Und Hopsen. Und die Nase. Und passen. Und die Kürbischnecken. Ganz schwer. Ganz schwer. Ganz minder. Ganz minder. Ja, ist das nicht süß? Zwischen Kokos und Gänze. Und die Eier flitzen. Ja, da schläft auf. Der Osterhase. Mit langen Ohren. Und nun die Nase. Ja, da schläft auf. Der Osterhase. Und rückt von einer Osterhase. Eins. Junge. Drei, oder? Nochmals, kurz. Und zwei. Und der nächste Mal, kurz. Tschüss!